Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft. Mit dabei ist wieder ein Freund und sag mal hallo. Warte, warte, nein, du musst das richtig laut sagen. Hallo. Ich weiß nicht, ob man ihn gehört hat oder nicht, aber er hat gerade hallo gesagt. Warte, wieso sprengst du hier alles? Wieso sprengst du hier? Boah. Macht es Spaß oder was? Ich habe keine Ahnung. Mann, ich versuche gerade die Obsidian zu zerstören. Warum willst du das Obsidian zerstören, wenn du schon fast die ganze Welt da zerstört hast, Mann? Ja, ehrlich, da ist so ein riesig großes Loch und der hat einfach mal so CMT gezündet und... Ja, hier ist jetzt die halbe Welt, Schrott, Alter. Ich baue das wieder zu. Ich baue das wieder zu. Okay. Mal gucken, was wir heute so machen werden. Also, das ist einfach nur so eine Folge. Also, Spaß ist jetzt keine Folge mit so einem bestimmten Projekt. Ich werde ab und zu so eine Folge halt machen und... Ja. Toll, danke, dass ich jetzt alles wieder allein aufbauen muss. Danke, danke, danke. Das ist echt nervig. Und ich kann leider den Ring nicht ausschalten, da ich keine Host-Privilegien anhabe. Oder wie das heißt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch richtig gesagt habe oder mal wieder falsch. Keine Ahnung. Du musst auch mal ein bisschen reden, sonst hört man nix von dir. Und du musst ein bisschen reden, sonst hört man nix von dir. Das Portal mache ich immer falsch. Was machst du immer falsch? Das Portal. Achso, das Portal. Mal, versuch das jetzt nochmal zu bauen. Versuch doch, das Portal einfach zu bauen. Ja. Entschuldigung, Leute, dass man jetzt nicht so viel sieht, weil der Regen gerade da ist, aber das wird sich ja gleich ändern, denn nach ein paar Minuten ist es ja wieder Tag. Das ist falsch. Das ist falsch, glaube ich, oder? Oder ist es richtig? Ich glaube, das ist falsch, oder? Ich glaube, ich glaube, ja, das ist falsch, das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Das ist zu klein, der. Ja, das ist wirklich zu klein. Warte, warte, äh, setz dich mal da hin. Bisschen nach links. Das reicht, das reicht, das reicht. Okay. Ja, so, ja, so ist das Portal richtig. So ist es richtig. Hast du, hast du irgendwo ein Licht angemacht? Ah, nee, das ist ja das. Ey, guck mal, fast hättest du, fast hättest du das Licht hier noch weggesprengt. Hier, guck mal, wie knapp das ist. Ja, was ist das? Das ist doch richtig. Was machst du denn? Ich mach gar nichts, aber auch egal. Zack. Oh, ein, und, und noch mein Freund, Xerstone ist dem Spiel beigetreten. Ist der, ist der überhaupt online? Keine Ahnung, ob der überhaupt jetzt da ist oder nicht. Der steht ja einfach hier nur so rum, Xerstone, ja, ähm, tut mir leid, dass es dir nicht aufgefallen ist, aber du bist sehr, 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 sehr inaktiv. Ähm, warum stehst du denn wirklich hier einfach so rum, Xerstone? Also, das ist, okay, ich geh einfach mal wieder zu, zu meinem Freund. Und, äh, ja, in der Zwischenzeit kannst du ja mal sagen, wie dein, äh, Sommer war. Ähm, du bist, äh, du musst ein bisschen lauter reden, weil bei der Kamera hört man nicht so viel. Also, ganz schön gut, so. Ja, also, er fand das gut, wie gesagt, und, äh, ich fand mein Sommer auch cool. Ich hab sehr viel gemacht. Naja, eigentlich wollte ich ein paar Freunde einladen, aber die sind nicht gekommen, weil, weiß, warum auch immer, keine Ahnung. Äh, die waren wahrscheinlich gerade so im Urlaub oder so. Ja, also, es war schon schön, aber nicht so schön, wie ich es erwartet habe, denn ich wollte auch noch, dass ein paar Freunde mitkommen. Aber das lässt sich dann jetzt nicht mehr ändern. Der Sommer ist vorbei und, ja, jetzt geht wieder die Schule los, was? Und, ja, mein Freund ist jetzt auch in der Schule. Am Anfang wird es sehr spaßig, aber, ich glaube, ich will ihn jetzt nicht entmutigen, aber danach wird es halt immer, also, ich will dich jetzt nicht entmutigen, aber danach wird es immer schwieriger und dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Geh mal durch das Verfahren durch. Ja, äh, weil, ich bin ja jetzt, ich bin ja auch schon sehr, ich bin ja auch, also, natürlich ein paar, ein paar, ja, ein paar Jahre bin ich schon in der Schule, ein paar, ja, und, ähm, auf jeden Fall, ähm, war es halt ganz toll, aber, ja, das wird halt irgendwie immer anstrengender und so. Und da ist auch schon der liebe Xerstone, Nidan, ne, der hat immer nur Xerstone, aber, ähm, ja. Ja, warum hast du jetzt das Portal kaputt gemacht, äh? Äh, ich hab doch immer noch auf die Idee an. Hi. Warte. Äh, ich schreib ihm mal was ganz kurz. Warte, warte, ich schreib ihm ganz kurz, was, ja. Ähm. Ich schreib einfach mal nur, hi, oder so. Ja, kann man ja mal machen. Hi. So. Man sieht das jetzt aber nicht so, wegen den Fackeln hier, äh, die muss ich dann erstmal wegmachen. So, jetzt sieht man das. Hi. So, hi, ja, das ist dann hi. Warum wirst du alles weg? Äh, ich brauch das nicht mehr. Okay. Ähm. Okay, dann, ich glaub, ich hoffe, er hilft mir mit, jetzt das wieder aufzubauen. Ich brauch, ich brauch, ich brauch nämlich ein bisschen Hüfte. Äh, äh, ja, ich brauch ein, ich brauch ein bisschen Hüfte. Ich brauch ein bisschen Hüfte. Ich bin so lieb, was dir am Hirn geschwägt. Oh, äh? Hello, guck dir mal das Portal an. Hä? Das funktioniert wieder. Hä? Ja, ähm, und erzähl doch mal, was du heute noch so gemacht hast. Also, ich hab noch ein bisschen oben gespielt. Warte, warte, geh, äh, äh, sag mal es lauter zu der Kamera. Also, ich hab noch ein bisschen oben gespielt mit Tablet. Und, äh, sanft alles. Ich bin grad runtergekommen. Ja, er ist grad zu mir halt, äh, runtergekommen. Wir sind nämlich Nachbarn. Und, ähm, okay. Okay, ich glaube, ähm, an dieser Stelle, äh, beenden wir auch die Folge. Das war mal diesmal eine sehr chillige Folge. Also, weil nicht immer nur kämpfen und sowas. Also, wie gesagt, es war halt eine chillige Folge heute. Und das war eine Special-Folge mit einem Gast natürlich. Denn, ja, das hat man ja nicht alle Tage. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte einen Abonnenten da. Oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.